Hier geht's mit Elie Gellah Elie Gellah Elie Gellah, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Dank, Elie Gellah Ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube Elie Gellah, so halb Greenlich, halb Ganache, ne? Naja, dann google mal Prozente Prozent Habt ihr das gehört? Ich hab da von jemandem reden hören, ne? Das war nämlich nicht aus dem Discord Madrid Diego, falls mich hier jemanden überfallen will Ihr beide, pass auf mich auf Feldknoll Nummer 1, Feldknoll Nummer 2 Elie, komm her, dann leg ich dich wieder zurück Dinger, ich hab gerade jemanden reden hören in meinem Nebenanzimmer, ne? Das ist jetzt kein Joke Ich glaube, ich werde überfallen Will ich vorbeikommen, Elie Will ich vorbeikommen? Ich weiß nicht, ob ich mich eingewendet habe Machen alle mit jetzt? Weepass, bist du da runter? Nein, ich mach mies Ey, niemals Weepass, du bist einer der erfolgreichsten Streeper aus Deutschland Ich hab heute, nein, nein, nein Ich hab heute ne Statistik auf Nindu gesehen Du hast 5000 Subs Was ist das denn? Hilfe! So weit geht's noch, Jett Und ich spiel nicht mal die Weekendinke Wenn ich die Weekendinke spiel würde, dann würdest du ja verstehen mit Stimmen einbilden Oh, okay, okay, okay Wir können ein bisschen ausschließen, Jungs, weil ich hab den rechts unten gefunden, bevor man dann rechts runterläuft, diesen Bälle-Task, also auf dem Weg da oben Okay, ich hab auch noch kurz was Wo ist denn der Kill? Ich hab einen wichtigen Fall Kalle, wo warst du? Ich bin Cafeteria, ich bin gerade auf dem Weg zu Weapons Jungs, ich will ja nicht lernen, wo ist denn der Kill? Ich bin Lower Engine Unten rechts ist der Kill! Eldos hat schon wieder nichts gesagt! Cora hat den Kill nicht gemacht, ich hab den Kill nicht gemacht Wo ist denn der Kill, Jungs? Ihr labert immer, Eldos Cafeteria Ja Wo ist die Leiche? Schief Digga, ich glaub, Kalle... Nein, die Leiche ist unten rechts Das ist doch... Digga, hier sind alle drauf Das ist doch Schief Das Ding ist over Security in Lower Engine gegangen bin ich Wartet mal, Kalle! Du warst mal bei mir! Wo bei dir? Ich war nicht bei dir! Scheiße! Wenn Eldos die Leiche findet, ist das Ding over! Wir haben nichts herausbekommen Nichts! Nee, es ist Kalle! Jungs, Eldos hat nichts herausbekommen Ja, Eldos? Weiß ich auch nicht, ne, Eldos Keiß, Eldos Sogar 20 Sekunden sagt er nix, Digga Es ist wirklich, also Eldos, du spielst das Spiel seit drei Jahren, du bist immer noch ein Stinker Und dann sagt er, dass der Mod der Woche ist und so, ne Scheiße Irgendwas war in diesem Pferdöner drin Ich bin seit neun Runden kein Imposter mehr gewesen Seit neun Runden wurde keine Poster-Win mehr geholt Warum? Weil ich Crewman bin und weil ich nicht Imposter bin Eldos kommt mir entgegen Sieht mir verdächtig aus Guck mal, er würde niemals Er würde niemals einen Kill machen Erste Runde und self-reporten Hey? Hat die Cam gesehen? Ich war in Cam's! Ich war in Cam's! Ja, 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 ja Ich sag euch so, ich, Mika Bullshit, Bullshit Oh Gott, die Klausnase Was? Die Lichter sind rausgegangen, Leute Und ey, dass du was kämpst Die letzte Sekunden, ja Die letzte Sekunden, ja Das Atmen raus, bevor du rein bist Die letzten Sekunden Er hat's versagt Okay, Mo, warst du? Ich war rechts unten Mir ist auch, äh, mir ist Lucien entgegengekommen Ja, die Lichter sind ausgegangen Ähm, wir sind runtergelaufen Und Danny war da Ja, Jungs, mach doch mal was Ich bin schon lange Electrical, das ist Quatsch Oh, Mann, ey, komm vorbei Okay, okay Oh, Mann Real Talk Real Talk, hätte er mir ne plausible Sache Ja Ich hätte nochmal nachgegeben, aber das war zu viel Das war Er ist nicht Electrical Ja, 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 ja So, er ist sinker Solution, Mann, du rede noch Der ist stumm direkt Mann, er lacht sich grad kaputt Ja, er weiß selber Ja, 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 du hast nichts gehört Ja, 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 du hast nichts gehört Wir können jetzt danach nochmal ne normale Runde machen Und dann mal dieses Hide and Seek Ich glaube, das ist auch lustig Was ist denn das hier, Hound? No, jetzt lauf ich da immer nur Hä, wie krass Was ist das für ein heftiges Update? Obwohl es kalt war Aber dafür kann der Döner nicht Sondern das hat halt ein bisschen gedauert Oh, das war kein schlechter Kiel Ähm, Koray wird die leicht finden Meiner Meinung nach Es ist sehr frisch, Jungs, wir können ausschließen Immer erst mal, wo die leicht schlecht ist Ich sag nicht, wo die leicht ist Nein, 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 ich sag nicht, wo die leicht ist Weil sie sehr frisch ist Ich kann jetzt keinen rausdingsen Ich bin, O2 wollte grad zur Navigation Zu Koray rüber gehen Stopp mal, Kalle ist nicht O2 Wenn es nicht stimmt, habe ich die Clowns Nase Kalle ist Admin runtergegangen zu Storage Und rechts abgebogen Und Shield ist die Leiche Und ich bin gerade von den Camps weggegangen Und wollte da hinlaufen und hab gesagt Wenn da eine Leiche ist, ist Kalle Mh, Mh Mh, Mh, Mh Mh, Mh, Mh Mh, 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 Mh Gute Runde, Jungs Ey, ihr habt gute Runde gespielt Was war das für ein Stichertuch schon wieder? Das war nur Hass Ja, ey Ich seh Elie und ich seh Blut Das war nur purer Hass der Kill, den du da gemacht hast Ja, meine Crewmate drunten sind so gut allein Die Apostelhauten drunter Was soll ich euch sagen? Warte mal, Reapers Erklär's nochmal ein bisschen langsamer Ich bin jetzt der Typ, der alle killen muss Ihr wisst aber Ich stehe schon mal den Code rein Nein, 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 nein Guck mal, wir machen eine Probe ohne Und ihr könnt das ganz, ganz leicht verstehen Das ist sehr, sehr easy Aber wie können wir machen, dass jeder ein Poster wird? Du kannst den Imposter auswählen Du kannst den Namen auswählen, wer spielt Also Killer ist auf der Map, auf der Standard Map sogar sehr schwer, muss ich sagen Auf den anderen Maps ist es eher leichter Aber ihr seht jetzt Ihr seht jetzt gleich, dass dieser Modus ein bisschen anders ist Das Witzige ist, ihr habt eine Taschenlampe Ihr guckt mit eurer Maus Und die Killer hat auch die begrenzte Sicht Der sieht gar nicht alles rum Reapers Du bist jetzt... Du gehst aber nicht rauf Wir machen jetzt... Ich erklär euch noch Was ist jetzt im Test runter? Okay Ach guck mal, wir sehen noch alle Das geht Du gehst einfach, dass er das ist Guck mich mal am Spawnern, wie ich mutier Das ist irgendwie geil gemacht, irgendwie Ah, hier Ah, der Oh, ihm geht's nicht gut Oh mein Gott Ah, okay, okay, okay So Und jetzt habt ihr auch schon eine Taschenlampe? Nein, 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 ich erklär euch Ich erklär euch Ich erklär euch Und jetzt achtet mal oben links Unter dieser... Da sind die Leben von allen Wenn ich einen töte, dann ist da ein X Und jetzt achtet mal auf der Anzeige unter dieser 10 Personen, die gerade leben Ja, ja, ja Wenn diese aufleuchtet blau, komme ich euch näher Wenn sie orange ist, bin ich ganz nah Wenn sie rot ist, stehe ich gefühlt in euch drin Aha Und ich muss jetzt Taschen machen, nochmal, ja, wie immer auch Ihr seht oben links die Zeit, wenn die Zeit abläuft, läuft ein End-Countdown 45 Sekunden nur noch, dann wird alles rot Und dann sehe ich euch durch Wände so Impulse geben, damit ich weiß, wo ihr ungefähr seid Und dann kann ich euch ja angehen Hä, und wie gewinnen wir? Zeit Abhauen Abhauen, immer verstecken Hide and seek Das ist ein bekannter Modus Okay, wir machen einmal alle Namen durch, ja Wir können ja machen, wenn man schafft, dann kriegt man von jeden einen Gifts ab Wenn man alle killt, okay Wenn man alle killt, dann kriegt man einen Fein Posta geht full Mute Und ihr müsst Mute gehen, wenn ihr getötet worden seid, das ist ganz wichtig Aber wir können uns absprechen, oder was? Wie gesagt, ne, vergesst nicht, oben links seht ihr, dieser Balken da, wenns rot wird, so Ja, genau Du hast irgendwo Storage schlitten, Jungs Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Storage? Echt? Immer Muten sofort, ne? Wo ist er? Wo, wo? Wo denn? Er sagt erst bei mir Oben links, oben links Oh ja, ihr dürft nicht reden, ihr seid tot Ihr seid tot Ey, wenn ihr tot seid, sofort muten, ihr dürft keine Callouts mehr machen Ich hab so Angst links zu gehen jetzt Ich bin rechts 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 Rechts oben Müsst du mal so ein bisschen Tast machen, dann hat er weniger Zeit Ey, ich bin mir, ich bin mir, Cafeteria ist der, ich bin tot Cafeteria, okay Niceer Call, das ist immer wichtig die Calls zu machen Oh Jungs, erst links Erst links Erst Rektor Erst Rektor Geht in Events Bleibt immer in der Nähe von Vents Ich mach's abnehmen Ich mach's abnehmen Das ist ein Smartes Versteck Wer ist das hier? Links Rektor Links Rektor Okay, das wird so tough Drei Loch Wer sieht in der Endszene, sieht der, wo jeder ist, ne? Deswegen, ihr müsst echt immer in der Nähe von Vents bleiben, damit ihr da sicher seid Wenn der kommt sofort abhauen Das ist so ein free Leben, sozusagen Jetzt, wenn es rot wird Er weiß, wo wir sind Ben Die ganze Zeit, so einen Impuls Seht ihr? Nein, nein, nur wer da in dieser Impuls kommt So einen kunden kriegt der so eine rot Punkte Ah, er hat einfach vorbeigelaufen Okay, lauf, lauf, lauf Er ist am Meter vorbeigelaufen 40 Sekunden muss ich mich überleben, dann kriegt der kein Sub-Gift Ich schläge gerade hier, Kaffeteria oben Bitte, bitte, bitte Kaffeteria Bin der kommt? Er ist rechts, er ist rechts irgendwo hochgegangen Wie lange kann man Ventschern? 5 Sekunden Ja, nur 5 Sekunden Den nur benutzen, wenn er gerade dich erzählt Er ist oben Er ist vorbeigelaufen Ich denke, Willi, besser Nein Let's go Let's go Let's go Das war sehr, sehr nice Das Spiel Das war funny Das war funny Wie fandest du? Ja, war okay Ja, war gut gespielt fürs erste Mal Er ist gut gemordet Mach keinen random wählen Einfach jemanden Wenn der Task macht Dann hat er weniger Zeit Wenn wir Task machen Ja, ja, der hat weniger Zeit Kalle ohne Kalle ohne Kalle ohne Sonst hörst du doch, wo wir sind Er hat Storage Er hat Storage Er hat Storage Er hat Storage Sag, ob er oben links ist oder so Das ist viel einfacher zu checken Rechts oben, rechts oben Rechts oben Ja, genau so Nein, rechts oben, dann geht nicht recht hoch Ich bin, ich bin Cafeterierer Rechts oben Rechts oben Er ist ganz nah bei mir Er ist ganz nah bei mir Admin Er ist Admin Er ist Admin, Jungs Weg da, weg da, weg da Er ist Admin Ich bin oben links Elektrical 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 Ich gehe oben rechts Ich gehe oben rechts Ich gehe oben rechts Wie ein Löwe Ihr ist irgendwo links Er ist oben links Er ist oben links Er rennt jetzt Richtung Cafeterierer Mitte Cafeterierer hier Mach die Aufgaben irgendwo rechts Ich mache rechts gerade auf O2 O2 Er ist da wie ein Mühe Wo? Er ist bei mir Er ist oben rechts Er wird mich gehen Er ist um rechts Schild Ich bin Schiltz, ich bin Schiltz. Ich bin tot. Links oben. Nur noch wir zwei. Unten rechts bin ich unten rechts. Nein, 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 hab ich. Scheiße, ich bin der Letzte. Scheiße. Oh mein Gott. Er muss 30 Sekunden aushalten. Aber er weiß ungefähr wo das ist. Das Ding ist over. Fick meine Art. Ich hab halt auch keinen Band mehr. Hat er gewonnen? Wie dieser Modus ist, der ist so ein bisschen wie infiziert. Ja, ja, ja. Wir müssen Tasks machen, dass er weniger Zeit hat und besser. Sobald, also nicht sagen Cafeteria, sondern oben links. Das ist viel einfacher zu coinen. Und Mitte, und Mitte. Ja, genau. Die Runde war eigentlich ganz gut. Runde war nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz witzig, man kann da wirklich ein bisschen rum experimentieren. Nächste Bette. Danny könnte Giftups bekommen. Oh, Danny wird ernst machen. Nein. Gib Danny nicht. Ihr müsst coinen. Ihr müsst immer coinen. Gib Danny nicht. Ich renne direkt nach rechts. Ich renne direkt nach rechts. Ich renne direkt. Links oben, links oben, links oben. Links oben? Ja. Okay, der ist nach links oben gelaufen. Okay, okay. Gut, dann haben wir Rechtszeit. Macht rechts eure Tasche. Ich habe keine Tasks. Ich habe keine Tasks. Ich kann noch Admin schauen, woher es ist, oder? Kamera, Kamera, Under Engine, äh, Lower Engine. Und links. Okay, okay. Er ist irgendwo electrical. Er ist irgendwo in electrical. Ich gehe nach links, ich gehe nach links. Ich glaube er rennt. Ich glaube er rennt nach rechts. Wir müssen Tasks machen. Ich habe noch eine Tasks. Links, links, links. Links, links. Okay, rechts. Ich habe noch einen Tasks rechts. Ich bin fertig mit Tasks. Mach eure Tasks. Wenn er links, wenn er rechts ist, sag ich es mir. Er ist links, er ist links. Okay, links. Oh mein Gott, hab ich nicht gesehen? Wo? Er ist Camps. Er ist wieder da. Er ist Camps, Camps, Camps. Er ist Camps, Camps. Ich habe meinen Tasks fertig. Ich renne jetzt nur noch weg. Ich geh mal bitte nach rechts. Ich muss links hin. Ich bin tot. Okay, ich bin rechts. Mach Downloads rechts oben, Navigation. Ich habe keinen Bank mehr. Wenn er bei dir ist, Koray. Ja, ja, genau. Ich bin rechts. Er ist, er ist Cafeteria, Cafeteria. Okay, okay, du bist tot. Chill, chill, chill. Rechts, 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 rechts. Navigation. Er kommt immer her. Er ist Navigation, Navigation, Navigation. Bin gewandet. Ja, ja, er ist hier bei uns Navigation. Er wartet at Camp for Vents, der Wichser, oder? Ah, ne. Bin weg, bin weg, bin weg. Ich ziehe nach links oben. Er kommt wieder zurück. Digga, was ist das denn? Er ist rechts, oder wo? Rechts, oder wo? Aber er schafft es nicht, oder? Ich mach Tasks, ich mach Tasks, Guys. Er ist irgendwo Storage. Ey, ich opfer mich kennen. Storage, Storage, Storage. Oh, jetzt ist er noch schneller. Hurra, was passiert hier? Oh, der lebt noch. Wo ist der? Elektrik von mir. Ich hab blaue Signale. Elektrik von mir. Ich hab blaue Signale. Oh Gott. Warte. Nein. Wo ist der? Unten, unten. Elektrik. Security. Security vorbei nach oben. Er kommt zurück. Security. Security erst bei mir. Security. Wir müssen getrennt. Wir müssen getrennt. Geh du oben. Geh du oben. Ich geh unten. 8 Sekunden. Nice, nice. Schaffen wir. Ich verkeh mich. Ich verkeh mich. Ich verkeh mich auch. Wir schaffen das nicht. Nice. Let's go. GG Jungs. Krass. Elijella ist der Nächste, oder? Ich mach euch weg. Erstmal Eli. Okay, Tasks. Erste Runde. Es gibt bestimmt eine Strat, wie man das am besten macht. Ich darf nicht in Dings gucken. Imposter. Mach Meter. Mach Meter. Mach Meter. Mach Meter. Mach es verdammt nochmal. Mach es. Mach Meter. Ach, ich sehe auch nicht so viel. Geh in die Mitte. Hier ist doch safe einer. Mach seine Scheisse. Nein. Ja, die wissen wo ich bin. Hier, ich verschwende deren. Hä? Immer zu den Vents rennen, weil dann verschwende ich deren Dinger. Ja, bis jetzt sieht es nicht so gut aus, Chat. Die wissen aber wo ich bin. Ey, man kann den gar nicht killen. Wenn der dann davor steht. Nein. Nein. Warte. Ich schnapp sie mir alle. Das Licht ist halt so eklig aus. Was? Sieg. Was ist das da hinten? Wir sind da. Nein. Hä? Nein. Das Ding ist sauber. Oh mein Gott. Er hatte sogar noch einen Vent. Wieso kriege ich den Kinn nicht? Ich komme immer hier rauf. Ich muss das mit Kuh machen. Ich muss es mit Kuh machen, aber es ist voll schwer für meinen Kopf. Killt ihr mit Maustaste oder mit Kuh? Nein, Maustaste. Mit Kuh, mit Kuh. Mit B. Ich hab mit. Ich hab auch mit Maust. Das ist nicht so leicht, ne? Nein, weil man kommt immer auf diese Tab-Dings rauf. Ja, ja, ja. Und wegen dem Licht, ne? Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Ihr dürft nicht mit Maustöten. Ihr dürft nicht mit Maustöten. Till machst du Space und Interact machst du E. Also immer wenn du jetzt eine Task anfängst, machst du nicht mehr mit Space, sondern mit E. Das ist wirklich besser. Wann sollte man in ein Vent springen? Sobald Gelb ist oder schon bei Blau? Sobald Gelb oder... Ne, bei Blau ist es zu früh. Sobald Gelb und Rot wird, würde ich sagen. Aber wenn ihr sicher weißt, dass er da ist. Und der ist ja immer in der Mitte, fängt der an. Also merkt euch das. Wo ist er, Jungs? Er ist oben rechts. Er ist oben rechts. Er hat mich. Er hat mich. Er ist oben rechts, Jungs. Ich bin Elektrolierer. Ist er links? Nein, ich komme da hier oben. Elektrolierer ist free. Ja, Elektrolierer ist auch free. Ah, Matt Bay, Matt Bay. Matt Bay, Matt Bay, okay. Er ist Matt Bay immer noch, ja. Boah, das ist schon tough jetzt. Oh, er ist bei mir links. Er ist bei mir links. Lower engine. Lower engine links. Okay, okay. Ich mach Task quick. Mann. Der ist Elektrolierer. Ich bin tot. Mitte, Mitte Admin. Admin. Okay. Ich habe noch eine Taskierung. Ich kann nicht rüber. Meine ganzen Tasker sind links und er ist hier irgendwo. Bleib rechts. Er hat mich nicht auf dem Schirm. Links ist gerade free. Ich bin links alleine. Bleib mal. Ich bin ganz rechts. Einer muss ganz rechts. Einer muss ganz oben und einer muss ganz links. Ich camp links ab. Links ist er. Links ist er. Ich bin ganz rechts. Er ist links lower engine. Er ist hier. Abmin, Abmin, Abmin. Abmin, okay, okay. Ich bin gewendet, ich bin gewendet. Okay, gut. Links ist free, Elik. Ich bin rechts. Wie viele Tast hast du noch, Elik? Ich habe noch zu viele, aber irgendwie. Eldos, rede. Okay, Eldos meinte Admin. Er meinte Admin. Eldos meinte erst. Okay, er ist Elektrolierer. Elektrolierer. Oh mein Gott. Discovery. Genau, jetzt habe ich noch schrauben. stark, Mann, GG. Ich hab schon an die Wand gelaufen. Mo, du bist Auba. Wir haben gewonnen. Mo, wir nur an Admin und Camps. Mo, nur Admin und Camps. Ich bin oben rechts. Ich bin oben rechts. Nicht reden, wenn du an Toto ist. Elektrikel, elektrikel, elektrikel. Sagt wo das ist. Wo auf der Map. Es ist einfacher. Elektrikel ist gerade Trink. Dann machst du Tars. Ich mach Tars oben rechts. Ich geh an Camps schnell. Er ist Reaktor. Er ist bei mir. Ich hab zwei Tars. Er ist ganz links. Er ist ganz links. Ich lauf nach unten. Elektrikel, elektrikel. Elektrikel. Warte kurz. Ich bin vor Camps. Mit mir, mit mir, mit mir. Ich mach schnell Tars. Ich hab keine Tars mehr. Ich mach Tars oben rechts. Ich geh elektrikel. Oh mein Gott, er ist elektrikel. Er ist elektrikel. Er geht schon. Er ist bei mir rechts oben. Ich bin weggewandt. Er ist rechts oben. Ich lauf nach links. Mika, geh nach rechts. Ich bin links. Ich geh rechts. Unten rechts. Elektrikel, elektrikel, elektrikel. Ich bin tot. Es ist sauber. Ich hab 20 Sekunden. Habe ich dich gesehen? Oh Gott, er hat dich nicht gesehen, Eli. Wie stark er ist. Hä? Wie kannst du ihn nicht sehen? Digga, ist er mir vorbeigelaufen? Er hatte das richtig auf Eli. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hättest ihn riechen müssen. Er hat rumgeleckt. Bei mir Todes rumgeleckt. Jaja, ich hab bei mir auch krass rumgeleckt. Manchmal war der einfach weg. Mika ist der Poster. Ich hab Navigation zwei Tars. Er ist oben rechts, glaub ich. Er ist oben rechts. Ich bin tot. Ich hab voll Angst vor dem Zaun. Ich bin auch, glaub ich, tot. Er ist Navigation, ganz rechts. Ihr müsst callen, wo er ist. Elektrikel, elektrikel. Ja, da müsst ihr doch raus. Er geht links, wahrscheinlich. Er ist, glaub ich, rechts, jungs. Er ist rechts. Ich geh von oben rechts. Ah, der ist links. Was soll das für ein Call mit rechts? Ein O2, Jungs. O2, kurz krachen gleich bei mir. Ey, hoppen, 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 hoppen. Ich mach hier ne Tars, warte. Ich hab vier Tars gemacht, ich bin Tars-Macher. Fünf Tars, weil ich ein Macher bin. Ich geh nach rechts, mach Tars. Ich hab fünf Tars gemacht. Hat die Jungs, irgendwie schaffen. Ich mach Tars für euch. Ach, es gibt gar keine Tars. Wo ist der? Wer ist der? Weg, weg, weg. Er ist unten rechts, unten rechts. Wir sind zu viel, Digga. Wie soll ihr uns holen in 20 Sekunden? Das Ding ist over. Unten rechts? Ja, ich bin oben rechts. Ich glaub, ich bin tot, Jungs. Ich bin links. Ich glaub, ich bin tot. Okay, rechts, 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 rechts. Schräghaft. Weck, 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 weck. Wir haben links. Gut, gut, Kuzi. Oh, schaak. Oh, schaak. Einen Call, ja. Danny sagt, der Typ ist rechts. Bruder, ich bin nach links gerannt wie eine Eins. Er hat mich gekeckt. Lass eine normale noch. Eine normale können wir auch machen. Dann mach eine normale und dann pummeln. Das elfte Mal im Post, äh, Crewmate. Das elfte Mal Crewmate. Du kannst das niemandem erzählen. Das ist nicht vermarktbar. Real talk. Irgendjemand hat mich verflucht mit so einer Wude-Puppe zu Hause. Ist das alles geisteskrank, Judd? Oh mein Gott. Ui. Äh, ich glaub, ich hab, ich könnte Mörder haben. Sag. Und zwar, ähm, wer ist gerade in Storage? Low engine. Es ist gerade jemand in Storage. Ich bin um rechts. Der würd's ja nicht sagen, Bro. Der sagt es doch jetzt nicht. Ja, dann müssen wir jetzt sagen, wo wir sind. Ich bin um rechts. Ihr liegt rechts, genau. Kuzi auch, genau. Genau. Gut, ich bin admin. Ja, kann sein, das war Reeps. Ja, kann sein, dass Ados sehr viel vor war. Du kannst jetzt schon sagen. Reeps, Reeps. Reeps, Reeps, Reeps. Ja, das ist doch links unten, oder? Lower engine. Oder eigentlich, wir könnten Reeps rausschicken. Sagst du so viel Selbstbewusstsein hast? Ja, ja, ja. Ich sag die ganze Zeit Lower engine. Ich hab sogar als erstes Lower engine gecallt, Digga. Das heißt, hey, wollt ihr mich verarschen? Lower engine ist oben links. Und wo meintest du? Lower engine. Lower engine. Upper engine ist oben links. Und so, unten links. Und... Ach, Digga. Ich hab's wirklich als allererstes gecallt, Alter. Wer kann sich denn decken, wo jemand war? Weißt du, was ich geil finde? Das du nach 20 Sekunden immer noch nicht sagst, wo die Neische ist. Das find ich sehr geil. Ja, Danny. Die ist Lower engine, oder? In storage, ja. Dann ist doch... Das ist doch Lower engine. Das könnte er theoretisch gewesen sein. Aber ich hab ihn noch so mit Augenwinkel gesehen, links unten. Also hat ihn grad umgelegt. Aber ich hab nicht gesehen, welcher Skin oder so. Lower engine? Also Reepers brennt komplett. Reepers flash. Also Eli, Cousin, Kalle und ihr könnt euch alle rausnehmen oben rechts. Ich bin rechts. 100% oder was? Warte. Eli nicht. Doch, ich bin oben rechts. Wer kann Eli saveen? Wer kann Eli saveen? Oh mein Gott, was hat Danny denn? Was will Danny von mir? Ja, aber da sind doch zwei Leichen. Der ist eine zweite. Wo ist Q sein? Wo ist Q sein? Wo ist Q sein? Bro, ich bin bei Danny. Eli, wer kann ich saveen? Ja, okay. Oh mein Gott, Danny, du besten Stinker. Ja, Eli, einfach mal ich antworten. Nee, nee, nee. Oben rechts, Daniel. Oben rechts. Pass auf auf Reepers. Ja, egal. Reepers und Eli geller aufpassen. Was? Also, Cousin ist der absolut schlechteste Crewmate, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, er hat noch nicht einmal irgendeinen ansatzweise richtigen Call heute in der Mongas gemacht. Als Crewmate. Das ist nicht vermarkbar. Oh, report? Ich glaube, Mad Bay ist ein Kill passiert. Ja, nein. Oh mein Gott. Ja, also, Jungs. Sie haben das gewendet. Sie haben das gewendet, Mad Bay. Also, Leiche liegt in Admin. Da war keiner in Mad Bay. Hab nicht ich reportet. Vor Electrical ist auch eine. Elias reportet. Also, vor Electrical und Admin ist einer. Bruder, sorry, aber es sind schon vier Leute tot. Reepers. Sorry. Das ist die einzig mögliche Call. Das ist die einzig mögliche Call. Eldos, du übernimmst Verantwortung für die Runde. Kalle und ich waren safe. Kalle und ich waren safe. Ja, gib mir. Ich hab Kapitän Spinner. Also, Kalle und Eldos safe. Mika. Dann ist der zweite Mo, wenn er schon die ganze Zeit so die Fresse hält. Nee. Aber er hat doch vorhin Reeps verdächtigt. Ich hab Kapitän Spinner, Reepers. Danke, das hier. Kraft, Alter. Hast du Kapitän Spinner? Kraft, Alter. Ich will Mo, Ober. Guck, das war jetzt umgekehrt. Das war jetzt umgekehrt. Es ist Mo. Ja, das war schlecht. Weepers, das war nicht klar. Wenn es wirklich Mo ist, dann bist du ein schlechter Lügner. Wenn es wirklich Mo ist, dann bist du ein schlechter Lügner. Egal, der hat mich rasiert. Das sagt sich ehrlich. Guck Mo, das war auch schlecht. Es war Weepers, sonst hätten dich schon gewonnen. Mo. Ah, wir sind alle hier. Ich bin für Spice. Einfach mal rauf drücken und dann gucken, ob es ist. Einfach für den Spice. Damit ihr nochmal Spice reinkommt in die Runde. Einfach nochmal Spice. Bissig. Bin ich erst tot? Mo gerade kill gemacht. Electric kill oder Meppe? Wie sieht es aus? Der klassische Laufweg. Oben links kill, dann ist es Mika oder Mo. Mo tot, oh Gott. Ich habe den zweiten. Mo. Nein, Mika ist es. Mika ist es. Mika? Ja, ja, doch. Warte mal. Mika und Mo sind beide nach rechts gelaufen. Hä? Was ist das für ein Arschgelaber? Ich war gar nicht recht. Du bist Electric kill mit Mo nach rechts gelaufen. Ich bin unten links bei Lower Engine Benzin auffüllend. Du und Mo seid beide an mir vorbeigelaufen. Das weiß ich noch. Es ist Ely gewartet. Was hast du gemacht? Was? Ich hab auf E. Ey, das ist bitter. Wenn das stimmt, dann war es eine richtig clean Runde. Ja, stimmt. Kalle war safe. Kalle war safe. Wir waren so. Wir waren so. Oh, das war eine clean Runde. Mika. Nichts so gut, Mika. Der letzte. Der letzte Imposter. Ja. Schönen Abend, dass ihr euch noch gut gespielt habt. Habt ihr gerockt heute? Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Noch kein Win. Seit zwei Wochen ist noch kein einziger Win. Bis bald, bis bald, bis bald. 首 ecosystems sind noch aufgefallen. god вспangen. Nichts gut funktion materiella Hölle Hausen. Tschüss. デニicy 네. götts zu ernst. Bist corn sindry bottle. Bis bald. Sodustや aroma. Wiederstrahl. Bis zum nächsten Mal.